Als fortschrittliche Gesellschaft haben wir sehr viele schwere Probleme geschaffen, die einer Lösung bedürfen. Vor 200 Jahren hätte man, wenn man jemanden gefragt hätte, wie man mehrere Tonnen Erde an einem Nachmittag bewegen kann, für verrückt gehalten. Heutzutage gibt es jedoch ganze Industrien, die sich genau damit befassen. Und die Motoren, die sie antreiben, sind einfach riesig. Im wahrsten Sinne. Von den Fahrzeugen, die Raumschiffe transportieren, bis hin zu den größten Wasserrädern der Welt. Hier sind einige der leistungsstärksten Maschinen der Welt. Stratolaunch Party Okay, ich weiß, was ihr jetzt denkt und nein, das ist kein Flugzeug, das ich in Photoshop an den Flügeln gespiegelt habe. Es ist ein echtes Flugzeug namens Stratolaunch und seine Aufgabe ist nicht von dieser Welt. Macht euch nicht lächerlich, wenn ihr denkt, dass dieses Monster wie zwei kleinere Flugzeuge aussieht, die mit Klebeband zusammengeklebt wurden, denn genau das ist es. Okay, vielleicht nicht mit Klebeband zusammengefügt, aber die Maschine besteht größtenteils aus zwei ausrangierten, bohigen 747. Wie ihr euch wahrscheinlich denken könnt, ist die Spannweite der Tragflächen mit 117 Metern fast doppelt so groß wie der einer Boeing 747. Das ist länger als ein Standardfußballfeld und mehr als genug, um kleinere Passagierflugzeuge in den Schatten zu stellen. Um sicher zu starten und landen zu können, ist dieses Ungetüm mit 28 Rädern ausgestattet, was die meisten Langstrecken-LKWs in den Schatten stellt. Mit einem Gewicht von 580 Tonnen, fünfmal so viel wie ein Blauwal, ist es erstaunlich, dass dieses Ding überhaupt fliegen kann. Um dieses Gewicht zu tragen, ist die Stratolaunch mit sechs leistungsstarken Düsentriebwerken an den Flügeln ausgestattet, während die meisten kommerziellen Flugzeuge normalerweise nur zwei oder vier haben. Die Stratolaunch benötigt nur einen Piloten und einen Co-Piloten, die im rechten Rumpf sitzen. Wozu dient dieses Superflugzeug? Nun, man kann sich die Stratolaunch als Taxi vorstellen, aber statt verwirrter Touristen, die irgendwie den Eiffelturm nicht finden können, transportiert sie Shuttles ins Weltall. Die Stratolaunch ist so konzipiert, dass sie ein Space Shuttle an ihrer Unterseite auf eine Höhe von etwa 74.000 Metern befördern kann. An diesem Punkt kann das Shuttle von der Stratolaunch selbst abheben. Obwohl diese Methode noch in der Testphase ist, hat sie gegenüber dem herkömmlichen Start vom Boden aus einige Vorteile. Erstens kann die Stratolaunch bei schlechterem Wetter starten als Space Shuttles. Außerdem bedeutet die Mitnahme im Flugzeug, dass die Shuttles weniger flüchtigen Treibstoff mitführen müssen. An der Spitze kann die Stratolaunch unglaubliche 250.000 Kilogramm tragen. Das reicht aus, um einen ganz Doppeldeckerbus zu transportieren. Eigentlich reicht es sogar für 20. Typisch. Du wartest 10 Minuten auf einen Bus im Weltraum und dann kommt 20 auf einmal. Big Bertha. Was ist das Langweiligste, das du dir vorstellen kannst? Im Stau stehen? Fernsehwerbung? Eine Star Wars Trilogie? Nun, was auch immer deine Antwort ist, es ist wahrscheinlich nicht so langweilig oder boring wie unser nächster Eintrag. Triff Big Bertha, die größte Bohrmaschine der Welt. Bohrmaschinen sind wie riesige, stachelige Bohrer, die sich durch die Erde drehen und dabei Tunnel graben. Bertha hat die Aufgabe, den Route 99 State Tunnel in Seattle zu bauen, der sich über drei Kilometer erschreckt und Sowdo mit Southlake Union verbindet. Wie ihr euch vorstellen könnt, erfordert es viel Muskelkraft, so viel Erde zu bewegen und wenn es um Größe und Gewicht geht, ist Bertha kaum zu übertreffen. Mit einer Länge von knapp 100 Metern und einem Durchmesser von 17 Metern ist Bertha so lang wie Big Ben und zwei Busse breit. Außerdem bringt Big Bertha die unvorstellbare Last von 6700 Tonnen auf die Waage, fast zehnmal so viel wie die Christus-Statue in Brasilien. Damit ist Bertha auch mehr als doppelt so groß wie andere Tunnelbohrmaschinen, wie der wundervoll benannte Emmerich Mole. Natürlich war Bertha nicht billig. Die Baukosten für das alte Mädchen werden auf rund 80 Millionen US-Dollar geschätzt. Die Maschine war so groß und komplex, dass Teile in einer Spezialfabrik in Japan gefertigt und dann in 41 Teile nach Seattle verschifft wurden. Da die Manövrierfähigkeit nicht gerade ihre Stärke war, wurde Bertha in Fahrtrichtung gebaut. Sie nahm 2013 ihre Arbeit auf, aber trotz ihrer Größe dauerte es noch vier lange Jahre, bis sie fertig war. Das liegt daran, dass der riesige Schneidkopf, der an Berthas Vorderseite befestigt ist, sich mit etwa einer Umdrehung pro Minute drehte und die Erde vor sich zermalte, bevor sie über ein Fördersystem durch den Rest der Bohranlage aus dem Weg transportiert wurde. Während sie sich allmählich vorwärts bewegte, säumten riesige Zementring-Segmente den Tunnel, den Bertha hinter sich ließ, und eine Reihe von Hydrauliktanks schoben dann den neuen Ringabschnitt vorwärts, um den gesamten Vorgang voranzutreiben. Der Grund, warum das so langsam geschah, war, dass plötzliche Bewegungen keine Schockwellen durch Seattle schicken sollten. Langsam und stetig war hier wirklich das Motto. 2017 nach 2825 Metern und 1,5 Millionen Tonnen Erde war Bertha durch. Es wird geschätzt, dass der Tunnel der Route 99 täglich 110.000 Fahrzeuge aufnehmen kann, und jedes davon verlangt Bertha dieses Privileg. Ihr werdet feststellen, dass ich Bertha in der Vergangenheitsform erwähne. Das liegt daran, dass Bertha nach der Fertigstellung des Tunnels demontiert und eingeschmolzen wurde. Ihr Metall wurde für andere Maschinen wiederverwendet, sodass sie in gewisser Weise weiterlebt. Aber wisst ihr, was gar nicht langweilig ist? Meine Videos! Also, wenn ihr mögt, klickt auf Gefällt mir und abonnieren, um weitere verblüffende Fakten und Unterhaltung zu erleben. Alles gemacht? Cool. Dann mal weiter. Big Wind Wolltest du schon immer deinen Garten in kürzester Zeit bewässern? Dann lass mich dir den Big Wind vorstellen, der deinen Rasen in Sekunden bewässern kann und dabei vermutlich deine Einfahrt zerstört. Dieser unglaubliche Sprinklertank wurde zur Bekämpfung von Bränden eingesetzt, die sonst nicht gelöscht werden könnten. Dazu gehören Brände, die durch extrem brennbare Chemikalien verursacht werden, die ohne den Big Wind so heiß gebrannt hätten, dass die einzige Möglichkeit darin bestanden hätte, sie so lange stehen zu lassen, bis sie von selbst ausgegangen wäre. Der Big Wind wurde jedoch nicht zur Brandbekämpfung entwickelt, sondern zur Reinigung von Panzern. Genauer gesagt von Panzern aus der Sowjet-Ära, die durch Angriffe mit chemischen Waffen kontaminiert wurden und deren Spurenbestandteile noch jahrelang gefährlich sein können. Diese Verunreinigungen können jedoch hartnäckig sein, sodass viel Muskelschmalz erforderlich war, um die Aufgabe zu erledigen. Das fahrgestellte Big Wind besteht aus einem alten T-34-Panzer, dessen immenses Gewicht für die Stabilität der oberen Teile sorgt. Zwei Düsenturbinen, die ursprünglich auf dem klassischen MIG-21-Kampfflugzeug stationiert waren. Diese massiven Motoren können wie der Turm, den sie ersetzen, geschwenkt und positioniert werden und bieten eine beeindruckende Präzision, wenn man bedenkt, wie stark der Wasserstrahl ist. Ehrlich gesagt sieht das Ding für mich aus wie ein Panzer aus der Zukunft. Diese Dinger sehen aus, als könnten sie Gebäude dem Erdboden gleich mal unten. Naja, das können sie auch. Wisst ihr, nachdem der Big Wind getestet wurde und sogar nachdem die Leistung des Motors auf nur 70% der maximalen Kapazität begrenzt wurde, war die Maschine immer noch zu stark für den Zweck, für den sie entwickelt wurde. Derzeit kann der Big Wind 833 Liter Wasser pro Sekunde versprühen. Ja, ihr habt richtig gehört, pro Sekunde. In nur einer Minute kann dieses Gerät also mehr als 1000 Bierfässer Wasser verspritzen. Nicht nur das, sondern wie der Name schon sagt, bläst der Big Wind doch eine riesige Menge Luft aus, wenn er im Betrieb ist, was perfekt ist, um Rauch und Flammen zu beseitigen. Wenn ihr mich fragt, wäre der Big Wind für Brandbekämpfung wie gemacht? Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, dass dieses Gerät eine alte Wasserrutsche antreibt? Du würdest in einem anderen Land landen. Eine sehr hungrige Raupe. Musstest du schon mal einen Monsterhaufen absetzen? Oder eine riesige Ladung abladen? Nun, Caterpillar ist der richtige Hersteller für dich. Schließlich bauen sie einige der besten Muldenkipper der Welt. Während die 797-Reihe seit 1998 auf dem Markt ist, war das 2009er F-Modell ihre bisher größte Errungenschaft. Dieser Gigant unter den Erdbewegungsmaschinen ist ganze 15 Meter hoch und 14 Meter breit, was ihn zu einem riesigen Würfel macht. Der Zweck dieses Dino-Dumpers ist das Laden, Transportieren und Abladen von Erde, Steinen und Mineralien. Wie du dir vorstellen kannst, ist der 797-F besonders auf Baustellen nützlich, auf denen es von Dreck und Mineralien nur so wimmelt. Der 797-F hat eine Nutzlastkapazität von 400 Tonnen, genug um 60 Elefanten zu transportieren, auch wenn es eine ziemlich enge Fahrt wäre. Diese Kapazität ist ganze 20 Tonnen höher als beim Vorgängermodell 797-B, das schon ein riesiges Fahrzeug war. Außerdem wiegt der 797-F selbst 1,3 Millionen Pfund. Das bedeutet, dass das Gesamtgewicht des LKWs mit voller Ladung fast 2,1 Millionen Pfund beträgt. Um dieses unglaubliche Gewicht zu bewegen, benötigt Caterpillar einen unglaublichen Motor. Der 797-F ist mit einem absolut monströsen 4000 PS-Motor ausgestattet. Das bedeutet, dass der 797-F selbst bei voller Beladung noch Geschwindigkeiten von bis zu 68 kmh erreichen kann. Das klingt jetzt nicht so schnell, aber man muss bedenken, dass das Gesamtgewicht dem Gewicht von 6,5 Häusern entspricht. Es ist eine Herkulesaufgabe, ihn überhaupt zu bewegen, geschweige denn innerhalb der örtlichen Geschwindigkeitsbegrenzung. Da der 797-F so groß und schwer ist, kann er nicht in einer einzigen Fabrik zusammengebaut werden. Stattdessen werden die verschiedenen Fahrzeugkomponenten in einer von sechs verschiedenen Fabriken in ganz Nordamerika hergestellt. Diese riesigen Teile werden dann zum Kunden transportiert, wofür 12 oder 13 Sattelschlepper erforderlich sein können. Mann, stell dir vor, du wärst jetzt dieser Sattelschlepper. Ich würde mich ganz sicher nicht gut fühlen. Rubelko der Zerstörer Stell dir vor, jemand fordert dich zu einem Duell heraus. Welche Waffe würdest du wählen? Eine Schrotflinte ist eine sichere Wahl. Vielleicht ein Rapier, wenn du dich schick fühlen willst. Nun stell dir vor, es wäre kein Mensch, der dich zu einem Duell herausfordert, sondern ein Gebäude. Ja, plötzlich sehen diese mickrigen Waffen nicht mehr so nützlich aus. Hier würdest du den Kobelko SK-3500D einsetzen. Vielleicht kennst du die Baumaschinen von Kobelko von diesem coolen, aber leider retuschierten Bild ihres 210-Baggers, das vor kurzem nett die Runde machte. Tut mir leid, wenn ich den Spaß verderbe, aber es braucht mehr als eine Kette, um diese Steigung zu erklimmen. Zum Glück ist der SK-3500D cool und echt. Diese gigantische Maschine ist darauf ausgelegt, die Fundamente von Wolkenkratzern, die abgerissen werden sollen, auseinanderzureißen. Du weißt, dass du es mit einer extrem harten Maschine zu tun hast, wenn ihre bevorzugte Beute ein Wolkenkratzer ist. Das Zerlegen von Gebäuden erfordert viel Kraft und der 3500D kann mit einer Reihe von Klauen oder Nibblern mit einer Schneidkraft von bis zu 2716 Kilo Newton ausgestattet werden, was einer Kraft von mehr als 276.000 Kilogramm entspricht. Nicht einmal meine Mutter drückt mich an Thanksgiving so fest. Außerdem wurde der Kobelko SK-3500D 2005 mit einer schwindelerregenden Arbeitshöhe von 65 Metern als Maschine mit der höchsten Arbeitshöhe ins Guinness Buch der Rekorde aufgenommen. Das ist hoch genug, um den schiefen Turm von Pisa zu packen. Verdammt, er ist sogar so stark, dass er das Ding wahrscheinlich endlich wieder gerade rücken könnte. Wie du dir vorstellen kannst, ist dieser gigantische Zerstörer mit einem Gewicht von 327 Tonnen sehr schwer. Es überrascht daher nicht, dass er mit einer Höchstgeschwindigkeit von nur 1,1 kmh nicht gerade das schnellste gerät ist. Er muss aber auch gar nicht schnell sein, da der 3500D mit einer Reihe abnehmbarer Hydraulikstifte in kritischen Bereichen ausgestattet ist. Das bedeutet, dass die gigantische Maschine nachgetaner Arbeit problemlos auseinander und am nächsten Einsatzort zusammengebaut werden kann. Wenn eine 65 Meter Ruhe und 330 Tonnen schwere Maschine durch enge Stellen passt, gibt es wirklich keine guten Ausreden, warum ich nicht in meine Hose vom letzten Jahr passen sollte. Das Riesenrad Schaut euch das erstaunliche, sich drehende Felkirk Wheel an. Für mich sieht das Ding ein bisschen so aus, als würde Dr. Doom es als Antrieb für eine Art Todesstrahl verwenden, aber das liegt nur daran, dass ich mein Gehirn mit einem Leben voller Comics zerstört habe. Obwohl es keinen Laser abfeuern wird, sobald es sich schnell genug dreht, ist es dennoch ein bemerkenswertes Stück Ingenieurskunst. Das Felkirk Wheel befindet sich im schottischen Union-Kanal, der ursprünglich gebaut wurde, um die beiden größten Städte des Landes, Glasgow und Edinburgh, miteinander zu verbinden. Der Union-Kanal verläuft oben auf einem Hügel, während der Forf und der Clyde unten entlang führen. Vor dem Bau des Felkirk Wheel war es ein Albtraum von einem Kanal zum anderen zu gelangen. Die Boote waren auf eine Reihe von Schleusen angewiesen, die die Boote durch Anheben oder Absenken des Wasserspiegels in verschiedenen Kammern bewegen. Dies war ein langer, mühsamer Prozess und die Schleusen fielen häufig aus und mussten gewartet werden. 1998 startete Schottland das 84 Millionen Pfund teure Millennium Link Project, in dessen Mittelpunkt das beeindruckende Felkirk Wheel stand, der größte rotierende Schiffslift der Welt. Ein Boot fährt in das eine Ende des Lifts ein, während das andere Ende mit Wasser gefüllt wird. Das Rad muss dann nur noch genug Kraft aufbringen, um den Lift in Bewegung zu setzen, wie bei einem großen Schubs. Der Rest wird durch die Trägheit erledigt, die das Boot zum anderen Kanal befördert. Dieses einzigartige Design verbraucht eine erstaunlich geringe Menge an Energie. Das liegt daran, dass die meisten Bootslüfte Motoren verwenden, die die schweren Boote während der gesamten Fahrt antreiben. Um mit einem herkömmlichen Bootslüft 500 Tonnen Wasser 24 Meter hoch zu heben, werden 32 Kilowattstunden Energie benötigt. Das entspricht dem Stromverbrauch eines amerikanischen Haushalts für einen Tag, der für eine zweiminütige Fahrt aufgewendet wird. Im Gegensatz dazu verbraucht das unglaubliche Felkirk Wheel nur 1,5 Kilowattstunden Energie, weniger als ein Zwanzigstel eines herkömmlichen Bootslifts. Ich glaube, ich habe viel mit dem Felkirk Wheel gemeinsam. Wenn etwas meinen Magen mit genügend Kraft stößt, wackelt er stundenlang. Der Stigasaurus. Psst, ey, wie schmutzig bist du. Echt schmutzig. Okay, dann lass uns mal richtig schmutzig werden. Mit ein paar guten altmodischen Fakten über die Landwirtschaft. Wenn du richtig schmutzig werden willst, dann schau dir die STX Stigar-Reihe von Case IH an. Diese Traktoren werden hauptsächlich auf amerikanischen Farmen zum Pflügen und Umgraben des Bodens eingesetzt, damit die Saat ausgebracht werden kann. Case IH stellt eine breite Palette von STX-Traktoren her, von der 405er-Reihe bis zum 682er. Diese Zahlen beziehen sich auf die PS-Leistung des Fahrzeugs und wenn man bedenkt, wie klobig diese Maschinen werden können, sind das beeindruckende Zahlen. Die Räder dieser Bieste haben einen Durchmesser von 208 cm und wiegen jeweils 336 kg. Tatsächlich sind sie noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass die größeren Modelle mit Ketten statt Rädern ausgestattet werden können. Diese sorgen für mehr Stabilität, machen die Maschinen aber auch zu schnellen Landmaschinen. Wie kommt es, dass die nie in Plants vs. Zombies aufgetaucht sind? Diese leistungsstarken Motoren sorgen dafür, dass die Traktoren schwere Lasten ziehen und schleppen können, wie diesen riesigen 18-Rad-Schwader, der zum Mähen und zur Beseitigung von Trümmern verwendet wird. Case IH stellte seine leistungsstarken Traktoren 2005 auf die Probe, als der STX-500 einen Weltrekord aufstellte, indem er in nur 24 Stunden 321 Hektar pflügte. Das waren 70 Hektar mehr als der vorherige Weltrekord und 112 mehr als der vorherige STX-Rekord. Der derzeit leistungsstärkste kommerziell erhältliche Traktor dieser Baureihe ist der Cast STX Stiga 620 und ich sage euch, der schafft alles. Dieses Prachtexemplar kann bis zu 27,4 Tonnen wiegen, aber mit einer maximalen Kapazität von 29 Tonnen kann er problemlos mehr als sein eigenes Gewicht tragen. Natürlich ist so ein Kraftpaket nicht billig. Der 620 wird regelmäßig für über 600.000 US-Dollar verkauft. Ich schätze, dieser Stiga ist nicht so mager. Die erstaunlichen Spinnenbeine Ich dachte immer, dass ein entspannter Spaziergang im Wald nur etwas für Menschen ist, aber anscheinend schätzen auch Roboter einen guten Spaziergang in der Natur. Nein, das ist keine Roboter-Spinne aus einem kommenden Marvel-Film. Es ist der Walking Harvester von Timberjack, der allerdings immer noch wie etwas aus einem Comicbuch aussieht. Timberjack arbeitet bereits seit den 1980er Jahren an der Entwicklung von G-Technologien, angefangen mit einer einfachen G-Plattform. Seitdem haben Fortschritte und Innovationen in der Technologie die Entwicklung ihres unglaublichen Schreitmähdreschers ermöglicht. Das ausgefallene Gerät wird vollständig über einen einzigen Joystick gesteuert und der Pilot wird in einem kreiselstabilen Cockpit stabil und ruhig gehalten. Bemerkenswert ist, dass Sensoren in den Füßen des Schreiters den Boden unter ihnen scannen und den Gang und den Druck der Schritte der Maschine entsprechend anpassen können. Die Länge jedes Schritts kann zwischen 30 und 90 Zentimeter betragen und obwohl der Walker ein stattliches Gewicht von 13 Tonnen auf die Waage bringt, mehr als ein normaler Schulbus, verteilen seine sechs Beine das Gewicht gleichmäßig. Könntest du dir einen echten Schulbus mit Beinen statt Rädern vorstellen? Die Schule wäre so viel cooler gewesen. Abgesehen davon, dass sie futuristisch sind, welche Vorteile bieten Beine gegenüber Rädern? Nun zunächst einmal erleichtern sie die Fortbewegung in hügeligem oder unebenem Gelände. Eine Maschine mit Rädern muss möglicherweise Zeit verschwenden, um um einen Baumstamm herumzufahren, während eine Maschine mit sechs Beinen einfach drüber hinweggehen kann. Beine ermöglichen es Maschinen auch, sich auf der Stelle zu drehen, in jede Richtung zu gehen, ohne sich zu drehen und in schwierigem Gelände stabiler zu bleiben. Maschinen mit Rädern haben auch tendenziell eine größere Auswirkung auf ihre Umgebung. Reifen zerstören den Boden mehr als Beine und können Bäume leichter umwerfen. Wenn eine Maschine mit Rädern schwer genug ist, sammeln sich die Rillen, die sie in der Erde hinterlässt und leiten Regenwasser ab, was im Laufe der Zeit zu Bodenerosion führen kann. Trotz all dieser Vorteile und obwohl der Prototyp des ursprünglichen Erntes vor über zehn Jahren entwickelt wurde, haben die Maschinen mit Beinen noch einen langen Weg vor sich, bevor sie die Räder vollständig ersetzen können. John Deere, das Unternehmen, das Timberjack 2000 übernommen hat, ist zuversichtlich, dass wir in Zukunft mit weiteren Verbesserungen rechnen können. Tatsächlich sind bereits Schreitschlepper, Holzfäller und Kanalbagger in Arbeit. Vielleicht sind wir gar nicht so weit davon entfernt, Schulbusse mit Beinen zu haben. Auf der Grenze Vier Augen sehen mehr als zwei, aber diese nächste Maschine legt die Messlatte noch höher, indem sie fragt, sind drei Räder besser als zwei? Dieses seltsame kleine Alien ist der Straddle Carrier von Kombilift, der hauptsächlich zum Transport schwerer Container auf Werften und Schiffen eingesetzt wird. Die Maschine verfügt über drei Räder auf einem Fahrgestell, das sie wirklich wie ein Wesen mit Beinen aussehen lässt. Die kräftigen Greifer an der Oberseite des Fahrgestells können Container greifen, als würde die Maschine sie umklammern, bevor sie davonfährt. Auch wenn dieses seltsame kleine Fahrzeug nicht besonders robust aussieht, sollte man sich nicht täuschen lassen. Der SC-3 Straddle Carrier ist stark genug, um ein Gesamtgewicht von 35 Tonnen zu heben. Das ist stark genug, um 15 Nashörnern zu tragen, was ein beeindruckendes Bild ergibt und noch beeindruckender, wenn man bedenkt, dass der Träger selbst nur 17 Tonnen wiegt. Die Stützträger des SC-3 sind verstellbar und können auf mehr als das Doppelte ihrer kompakten Größe ausgefahren werden. Das bedeutet, dass er einen Container mit einer Länge von 6 oder 13 Metern tragen kann und bis zu 9 Meter hoch ausfahren kann. Stellt euch vor, wie diese 15 Nashörner 9 Meter über euch baumeln. Die Reichweite könnte sogar noch größer sein, da Kombilift berichten zufolge 98% seiner Maschinen kundenspezifisch anfertigt, um den Anforderungen der Kunden besser gerecht zu werden. Dazu gehörte auch die Entwicklung von Maschinen, die vollständig per Fernsteuerung bedient werden können. Wie du siehst, sind große Kräne und Reach-Stacker viel sperriger und schwieriger zu manövrieren als der Straddle Carrier, der sich in engen Werfen und auf unglaublich schmalen Flächen problemlos bewegen kann. Sie können auch ziemlich beeindruckende Donuts ziehen, wie du hier sehen kannst. Darüber hinaus ist der vergleichsweise leichte Straddle Carrier kraftstoffeffizienter als schwere Kräne. Mann, jetzt kann ich nicht mehr aufhören, über die Vorteile von Portalhubwagen nachzudenken. Bin gleich wieder da, ich melde nur eben ein Patent für einen Hängemattenwagen an. Schneeproblem. Wenn ich dich bitten würde, den Eiffelturm in einer Stunde zu verschieben und in mehrere hundert Meter weit wegzuwerfen, würdest du mich wahrscheinlich für verrückt halten. Und weißt du was, ich kann es dir nicht verübeln. Es klingt unmöglich und ist auch eine sehr seltsame Bitte, die man einem Fremden über YouTube stellt. Wenn dieser Eiffelturm jedoch aus Schnee bestünde, nun, dann wäre es vielleicht nicht so unmöglich, wie es klingt. Das ist die Oferasen TV 2200, die stärkste selbstfahrende Schneefräse der Welt. Sie ist auf die Schneeräumung von Start- und Landebahn spezialisiert und Maschinen, die für diese Aufgabe konstruiert werden, sind immer ein faszinierender Anblick. Schaut euch nur an, wie dieser kleine Schneewolf loslegt. Schneefräsen arbeitet in zwei Phasen. Zunächst schaufelt eine rotierende Schnecke an der Vorderseite der Maschine den Schnee auf, der dann in ein Laufrad geleitet wird. Das ist vergleichbar mit einem leistungsstarken Ventilator und der des TV 2200 ist super stark, denn er kann den Schnee über 33 Meter weit wegblasen. Warum wird für diese Aufgabe eine so leistungsstarke Maschine benötigt? Nun, wie du dir vorstellen kannst, türmt sich auf den Start- und Landebahnen von Flughäfen viel Schnee auf. Es handelt sich um große, flache Landestreifen, die vor den Elementen nicht geschützt sind. Daher braucht es einen starken Motor, 2200 PS stark, um genau zu sein. Er nutzt diese Kraft erstaunlich gut und kann bis zu 12.000 Tonnen Schnee pro Stunde räumen. Rein vom Gewicht her ist das so, als würde man pro Stunde so viel Schnee wegsprengen, wie auf den Eiffelturm passt. Wenn man bedenkt, dass der Schnee bis zu 33 Meter weit geschleudert werden kann, wirkt der Ufa-Aßen weniger wie ein Flughafenwerkzeug, sondern eher wie eine Art ferngesteuerte Schneekanone. Dieses Gerät könnte einer Wintergeburtstagsparty eine ganz besondere Note verleihen. Man sollte nur darauf achten, dass man die Kinder nicht lebendig begreift. Nun, da waren sie. Einige der härtesten, coolsten und am höchsten spezialisierten Maschinen überhaupt. Und ich habe noch nicht einmal die krass Server-Farm erwähnt, auf denen all meine Videos gespeichert sind. Denn apropos, vergesst nicht zu teilen und zu abonnieren und zu liken und zu kommentieren, wenn ihr möchtet. Damit ich weiß, welches eure Lieblingsmaschine aus diesem Video war. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.